Ich bin Michelle Ahrens, ich bin 22 Jahre alt und habe im Sommer 2018 mein duales Studium hier bei der IHK Nordwestfalen begonnen. Zum einen lernt man hier so diese juristische Umgebung kennen, indem wir halt unsere Unternehmen beraten. Zum anderen arbeiten wir hier aber mit Teams an Projekten zusammen, um zum Beispiel die Industrie, aber auch den Verkehr hier einfach in unserem Kammerbezirk weiterzubilden. Und zudem hat man halt wirklich mit unfassbar vielen verschiedenen Menschen zu tun, ob es jetzt der klassische Azubi ist, die Ausbilder, Unternehmensleiter oder sogar mit Politikern. Die Vorteile eines dualen Studiums sind halt auf jeden Fall, dass man in diesen dreieinhalb Jahren wirklich drei anerkannte Abschlüsse hier bekommt. Zudem hat man hier einfach kein Massenstudium, die es halt in so klassischen BWL-Vorlesungen ist, sondern man wird hier im Klassenverband unterrichtet. Das sind so 20 bis 30 Leute, wo man halt wirklich an ganz normalen Uni-Vorlesungen teilnimmt, aber halt in einem vielfamilierigen Umfeld. Zudem hat man dauerhaft ein festes Einkommen während des Studiums, also man muss sich da absolut keine finanziellen Sorgen mehr machen. In den ersten anderthalb Jahren der Ausbildung, wo man wirklich noch eine Ausbildung macht, ist man auch mehr der klassische Azubi, auch für die Vorgesetzten. Man wechselt ziemlich schnell die Abteilungen, kriegt dann auch dementsprechend die Aufgaben. Nachdem man die Ausbildung dann beendet hat, ist das ein bisschen anders, dann wird man nur noch in ein bis zwei Abteilungen eingesetzt und wird wirklich darauf eingearbeitet und lernt seinen eigenen Aufgabenbereich. Und kriegt halt auch eigene Aufgaben zugeteilt, für die man dann die Verantwortung übernehmen muss. Ja, als Charaktereigenschaft für das duales Studium sollte man auf jeden Fall ja doch schon recht diszipliniert und auch organisiert sein. Gerade in den ersten anderthalb Jahren, wo halt wirklich alle drei Ausbildungsstufen gleichzeitig laufen, kommt es dann doch mal zu ein paar Terminen, die man auch auf jeden Fall selbst organisieren sollte. Besonders gut gefallen hier bei der IHK hat mir auf jeden Fall, dass die eigenen Wünsche berücksichtigt werden. Also gerade in der Ausbildung beim Kauffrau-Kaufmann für Bürokommunikation kann man zwei Wahlqualifikationen wählen. Und da kann man dann schon ein bisschen mitwirken, was liegt mir denn, was möchte ich? Und genauso ist es hinterher auch bei der Projektarbeit und auch bei der Bachelorarbeit. Wir können bei der Themenfindung mitwirken und uns dann auch explizit für die Bereiche entscheiden, wenn es ein Thema gibt, wo wir gerne arbeiten möchten. So bin ich jetzt auch seit einem Dreivierteljahr im Bereich Bildung und Fachkräftesicherung eingesetzt. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dass du gerne hier bei uns ein duales Studium machen möchtest, dann schick deine Bewerbung gerne an bewerbung.ihak-nus-Nordwestfalen.de. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!